Hey, das ist Indiana Jones. Von der Archeologischen Seite ist die 3,800 Jahre alt. Es ist glaubt, dass ein Mann da war hier, während der Mannwasa Zeit. Wir haben ein paar Ebenen gefunden. Diese Klai-Pots sind etwa 4,000 Jahre alt. Aber hier haben wir, dass es die Pondwassen gehört. So, wir gehen hier. Oh, hier, hier, hier. Ich denke, ich habe die konkrete Ebenen, dass es die Pondwassen gehört. Look at diese beautiful Dinge. Das ist die Kondom, die Pondwassen, während der Mannwasa Zeit. So, dies proves beyond doubt, all doubt, that Pandavas were staying here, especially the one in the side. Die Chastikara and should belong to Bhima. And Draupadi is supposed to have some special love for Bhima. So, this is our evidence. Which is here on the sun of Breknanantra. Und so, ist das ein bisschen wie zum Beispiel. Es darfste, was er gesagt, dass es von diesem Baumgartner, Und auch wie, wie.